Mein Name ist Andreas Weinberger, General Manager bei Uber. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Bevor ich jetzt ein bisschen was zu Uber erzähle, würde mich interessieren, wer von Ihnen dann schon mal mit Uber gefahren ist und wer sich traut, das auch anzuzeigen. Oh ja, sind ja doch schon einige. Hervorragend, sehr schön. Vielleicht ein bisschen was zu Uber. Uber hat vor sieben Jahren in San Francisco angefangen, war unsere erste Stadt. Mittlerweile sind wir in 450 Städten, 70 Ländern aktiv. In Österreich sind wir nur in Wien aktuell und Umgebung. Das heißt im Prinzip eine Abdeckung bis nach Klosterneuburg raus, bis runter zur SCS und logischerweise auch zum Flughafen. Wir arbeiten hier nur mit lizenzierten Unternehmern zusammen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Keine Privatleute, nur lizenzierte Unternehmer. Das heißt, das sind Taxiunternehmer und Mietwagenunternehmer, beides gleichzeitig. Das sind Unternehmer, die es schon lange vor Uber gab. Das heißt, viele davon existieren schon 10 Jahre, 20 Jahre. Das heißt, das Einzige, was wir mit diesen Partnern tun, ist diesen Unternehmern zusätzliche Fahrten zu generieren. Durch neuen Kundenzugang, durch die App im Prinzip neuen Kundenzugang generieren, mehr Fahrten, höhere Auslastung von den Fahrzeugen und am Ende des Tages einen höheren Umsatz. Was wir sehen, ist, dass durch die App, durch die Technologie wir eine neue Kundengruppe ansprechen. Das heißt, es sind junge, techaffine Leute, die im Normalfall vorher kein Taxi gefahren sind. Und zusätzlich, das zweite, was wir sehen, ist, dass Uber ein Teil vom Mobilitätsmix ist. Mobilitätsmix, haben Sie bestimmt schon tausendmal gehört. Alles, was Carsharing, Bikesharing, öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, auch Taxifunkzentralen, Uber, all diese Dinge zusammen, ergeben den Mobilitätsmix. Und unser Ziel und auch das Ziel von dem Mobilitätsmix von allen Teilnehmern ist, die gefahrenen Kilometer von PKW zu reduzieren und die rüber zu shiften auf dem Mobilitätsmix. Weil was passiert am Anfang des Tages? Ich überlege mir, wo ich überall hin muss. Dann überlege ich mir, okay, hier kann ich irgendwie mit der U-Bahn fahren, hier vielleicht mit der Straßenbahn, hier gehe ich zu Fuß. Und dann gibt es immer einen Teilbereich, wo ich sage, da komme ich irgendwie nicht hin, da muss ich mit meinem eigenen Auto fahren. Und was passiert dann? Dann fahre ich von ganz von Anfang an mit meinem eigenen Auto und dann verliert im Prinzip jeder. Dann verliert die U-Bahn, dann verliert die Straßenbahn, dann verliert die Umwelt, weil ich nicht zu Fuß gehe und so weiter. Und genau an diesem Teilstück, da kommt Uber rein, mit einem zuverlässigen, einfachen, günstigen, flexiblen Angebot. Und dann können sich die Leute nämlich darauf verlassen und fangen an, eben ihren PKW daheim zu lassen und von Anfang an mit der Uber, mit der Straßenbahn und so weiter und so weiter zu fahren. Das ist unser Ziel und das sollte auch das Ziel von allen Teilnehmern vom Mobilitätsmix sein. Genau, das heißt, es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander. Also auch mit Taxi. Taxi-Unternehmer, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, können Uber als Plattform nutzen, um weitere Fahrten zu generieren. Das ist für uns im Prinzip, wir haben keine Exklusivität. Das heißt, ein Taxi-Unternehmer, aber auch ein Mietwagen-Unternehmer kann im Prinzip Aufträge von seinem Kunden, von seinem Kundenstamm bekommen, durch Telefonanrufe, durch, ich weiß es nicht, die Berater am Montagmorgen zum Flughafen fahren, am Donnerstagabend wieder zurück. Und wenn er es zwischendurch sagt, jetzt habe ich gerade mal keine Auslastung, sich auf der Uber-App freischalten und zusätzliche Fahrten generieren. Das heißt, das ist uns ganz wichtig und das ist nicht nur eine europäische oder eine österreichische Geschichte, sondern auch in den USA oder in Russland oder in Indien, wo wir extrem große und starke Wettbewerber haben, machen wir keine Exklusivitätsverträge mit den Partnern, sondern stellen es im Prinzip den Fahrern, den Partnern frei, welche App oder welchen Kundenzugang das erwählt. Heißt natürlich für uns, wir müssen die Qualität erhöhen, wir müssen einfach ein besseres Angebot liefern, damit wir den Nutzer, also den Fahrer davon überzeugen, dass er lieber uns benutzt, als Lyft oder Ola oder, ich weiß es nicht, Sidecar oder wie sie alle heißen, die es auf der Welt gibt, die es ähnliche Dinge machen wie wir. Heißt aber auch zusammen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Uber wird sehr, sehr, sehr oft als Zubringer genutzt, um die erste und letzte Meile zu überbrücken. Das sehen wir hier in Wien schon, aber natürlich auch weltweit. Vielleicht ein Beispiel, wie weit das gehen kann. In New Jersey hat sich die öffentliche Hand, die Gemeinde entschieden, keine weiteren Park-and-Ride-Parkplätze zu bauen für die ganzen Pendler, die nach New York rein wollen. Ist, glaube ich, auch ein bekanntes Problem hier in Österreich oder um Wien rum, dass die Park-and-Ride-Parkplätze einfach, egal wie groß sie sind, sie sind immer voll. New Jersey, die Stadt hat gesagt, wir subventionieren Uber-Fahrten, aber natürlich auch Lift-Fahrten und weitere Anbieter und sagen, liebe Bürger, wir garantieren, dass ihr bis zu 3 Dollar, nur bis zu 3 Dollar zahlt, um zur nächstgelegenen U-Bahn-Haltestelle. Das ist, glaube ich, Subway da dort. Alles darüber hinaus, falls es mehr kosten sollte von deinem Heimatort, von deinem Haus zur U-Bahn-Station, übernehmen wir. Das heißt im Prinzip, einen garantierten Zubringer hilft dem Parkplatz-Zugverkehr, hilft der öffentlichen Hand, keine neuen Parkplätze bauen zu müssen, ist eine flexible, dynamische Geschichte. Einfach nur als ein Beispiel. Vielleicht ein breites Beispiel, wobei das gehen kann mit der Zusammenarbeit mit Städten oder mit Staaten. In Nevada haben wir mit der Polizei, mit der lokalen Polizei zusammengearbeitet, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, vor allem um den 4. Juli rum, den Unabhängigkeitstag in den USA. Letztes Jahr war der erste Unabhängigkeitstag in den USA, der seit 15 Jahren zu keinem Todesopfer auf den Straßen geführt hat. Und das wurde von der Polizei auch in einem Dankeschreiben direkt an Uber auf die Zusammenarbeit mit uns, ich muss immer dazu sagen, natürlich auch mit den anderen, mit Lyft und so weiter, zurückgeführt. Eine sehr, sehr gute Kooperation, einfach die Leute dazu angestoßen, nicht selber zu fahren, sondern eben andere Möglichkeiten zu benutzen. Und da kommt Uber in einer günstigen, einfachen, On-Demand-Option einfach rein und hilft. Also das ist eine große Sache. Uber ist nicht nur eine Lösung für Städte, sondern auch für den ländlichen Raum. Und ich glaube, das ist die Gespräche, die ich über das letzte Jahr geführt habe, kommt immer wieder auf, egal ob das jetzt Vororte von Wien sind oder wirklich Dörfer, ich weiß es nicht, um Salzburg, irgendwie weit in irgendeinem Tal drinnen. Die Bürgermeister haben ein Problem, die sagen, ich kann mir den öffentlichen Verkehr an sich so nicht mehr leisten. Ich muss irgendwas tun, Landflucht, ich brauche Mobilität. Das funktioniert. Das funktioniert, als Beispiel in den USA haben wir 80 Prozent von der ganzen Bevölkerung, die in den USA lebt, können wir innerhalb von fünf Minuten ein Auto geben. Das funktioniert, weil die Leute, die in den Städten oder in den Dörfern leben, auch dann die Anbieter sind. Das ist dann vielleicht noch ein weiteres Thema, das wir vielleicht später besprechen können. Aber was ich sagen will, Uber ist nicht nur für Städte, sondern auch für den ländlichen Bereich da, das Mobilität in den ländlichen Bereich bringen kann, zum einen aber auch natürlich Einkommensmöglichkeiten für die Leute schaffen kann, die vor Ort leben. Vielleicht zurück nach Europa wieder. Hier haben wir zwei Angebote, auf die ich ganz kurz eingehen wollte. Der Uber Pool ist das eine. Das haben wir in Paris und in London. Das ist im Prinzip ein System, oder ein Angebot, wo das System erkennt, wenn mehr Leute zur selben Zeit in dieselbe Richtung fahren möchten und poolt die in ein Fahrzeug. Das ist aber nicht so, dass ich mich absprechen muss und sage, okay, hier um drei Uhr treffen wir uns an dieser Straßenkreuzung und dann steigen wir zusammen mit dem Auto ein. Sondern das ist eine sukzessive Ein- und Aussteigergeschichte. Das heißt, ich bestelle mir mein Fahrzeug, so wie ich es auch machen würde, wenn ich alleine fahre. Ich drücke auf den Knopf, in ein paar Minuten kommt ein Fahrzeug, ich steige ein. Jetzt kann es aber schon sein, dass schon jemand drinnen sitzt oder jemand zusteigt. Das heißt, ich steige ein, die Person, die schon drinnen sitzt, fährt irgendwie zwei Kilometer mit mir in dieselbe Richtung, dann steigt sie aus, dann steigt eine andere Person ein, dann steige ich aus und so weiter und so weiter. Im Prinzip ändert sich nichts an dem, ob ich alleine fahre oder mit einer anderen Person, außer, dass ich natürlich mir den Preis teilen kann. Dann ist das Angebot von A nach B zu kommen noch günstiger. Ich habe noch mehr Antreiz, meinen eigenen Pkw daheim zu lassen und diese ganze Mobilitätsgeschichte wird noch attraktiver. Auf der anderen Seite, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist einfach die Auslastung zu erhöhen von den Anbietern, die dann in dem Sinne im Prinzip gegen 100% geht. Wenn ich immer einen zahlenden Kunden im Fahrzeug habe, dann ist es eine gute Sache für den Anbieter, also für den Fahrer oder für den Partner, wie wir sagen. Wahrscheinlich das Wichtigste in dem Zusammenhang, ist einfach, es werden Fahrzeuge von den Straßen genommen. Anstatt zwei, drei, vier Fahrzeuge in dieselbe Richtung zu schicken, egal ob das jetzt private Pkw sind oder Uber-Fahrzeuge, egal, wir reduzieren da den Verkehr durch aktive Wegnahme von Fahrzeugen. Das ist keine Theorie, das ist jetzt schon Praxis. Ich glaube, weltweit haben wir 30 Städte mit Uberpool und in San Francisco, einer von unseren größeren Städten, sind die Hälfte von allen Fahrten gepoolte Fahrten. Das heißt, es sind nicht nur irgendwie ein, zwei Fahrten, wo wir stolz drauf sind und über die sprechen wir jetzt nicht die ganze Zeit. Das sind wirklich Millionen von Fahrten, die gepoolt werden und demnach auch Millionen von Fahrzeugen, die tagtäglich von den Straßen genommen werden. Das andere ist Uber Green, im Prinzip eine weitere Option, mit der man sich Elektrofahrzeuge bestellen kann. Das haben wir schon in Portugal, also in Lissabon, in Porto, Paris und London. Funktioniert wunderbar, ist der gleiche Preispunkt wie normale Angebote, wird sehr, sehr gut angenommen, einfach auch, um da in diese Richtung zu gehen. Ohne spezielle Angebote anzubieten, ist es in den USA gang und gäbe, dass die meisten Partner ein Hybrid fahren, die meisten ein Prius, einfach weil es ökonomischer ist. Müsste ich schauen, was ich noch erzählen wollte? Seit Anfang Dezember haben wir noch ein weiteres Produkt in Österreich, in Wien. Das ist Uber Eats, im Prinzip Essenszustell-Service. Was ich damit sagen will, wir sehen uns als Technologieplattform und nicht als Fahrdienstanbieter, nicht als Essenslieferant, nicht als Paketzusteller, was Uber Rush ist, was ein drittes Angebot ist. Wir sehen uns als Technologieplattform, das verschiedene Services anbietet und im Prinzip einen Anbieter und einen Nachfrager zusammenbringt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht schon auf ein paar Themen eingehen soll, die Herr Holzhauser aufgebracht hat. Taxitarif vielleicht. Oder sagen wir, Taxitarif und Fahrergehalt, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Vielleicht da einfach mal ein paar Worte dazu. Was ich eingangs gesagt habe, ist, wir basieren unseren Service auf Partnern, die es schon gab, die es jetzt auch immer noch gibt und haben keine Exklusivitätsverträge. Das heißt, ein Taxiunternehmer, der sagt, er hat ein paar Fahrten am Vormittag, ein paar Fahrten am Abend und dazwischen drinnen hat er eine geringe Auslastung. Er kann über die Uber-Plattform sich zusätzliche Fahrten generieren. Das ist im Prinzip einfach geschenktes Geld im Prinzip. Natürlich muss er dafür arbeiten, aber es gibt keinen Investitionsaufwand, es gibt keine Grundgebühr. Er muss einfach nur die App anschalten und wenn was reinkommt, schön, wenn nichts reinkommt, hat er nichts verloren. Und so sehen wir das. Was wir tun können als Plattform, ist Unternehmern, die schon existieren oder auch neu gegründet werden, was auch passiert, weil es viele Unternehmer gibt oder viele Fahrer gibt. Super, mein Handy klingelt die ganze Zeit, ich finde das toll, ich will das selber, ich will mein eigener Boss werden und so weiter. Die werden dann Unternehmer und was wir als Plattform tun können, was wir als Plattform tun können, ist diesen Unternehmern, die selbstständig sind, so viel Umsatz, so viele Fahrten zu generieren, wie nur gerade möglich. Aber die haben natürlich auch noch weitere Einkommensmöglichkeiten, heißt ihre Stammkunden, wie ich vorher gesagt habe. Das heißt, das ist das, was wir als Plattform tun können und ich denke, ganz gut tun. Und die vertragliche Beziehung ist zwischen Uber und dem Unternehmer, der Fahrer ist dann ein angestellter Fahrer bei dem Unternehmer. Das heißt, da ist eine Zwischenebene dazwischen, was wir tun können, wie gesagt, wir können zusätzliche Fahrten generieren für Unternehmer, die es schon gibt. Wiener Linien sind angesprochen worden und die ÖBB, auch hier sind wir in intensiven Gesprächen, um in diese Aggregatoren-Apps mit reinzukommen. Ich denke, da sollte jeder Anbieter mit dabei sein, um die so attraktiv zu machen, wie nur gerade möglich. Auch wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel sind im Prinzip eine perfekte Kombination mit Uber zusammen, weil sie die Netze verstärken. Ich habe ein paar Bilder mit reingetan in die Präsentationen, in ihren Unterlagen, wo sie einfach sehen, wie sich in Paris zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel nochmal weiter verlängern lassen durch Uber. Auch ein Wiener Bild ist mit drinnen, wie die Flächen zwischen den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Uber ausgefüllt werden. Das sind im Übrigen nur die Fahrten, die an einer UNS-Bahnstation angefangen oder aufgehört haben, nicht alle. Das heißt, da sieht man, wie sich die zwei Netze wirklich gegenseitig verstärken. Also auch da, wie gesagt, sind wir dran, auch mit reinzukommen, weil ich denke, das macht das Angebot einfach nur noch attraktiver. Ich habe bestimmt tausende Themen vergessen, aber ich bin überzeugt davon, dass die als Fragen dann kommen und auf die Fragerunde freue ich mich dann schon. Danke. Dankeschön für das Input von der Anführungszeichen anderen Seite, Freiheit oder Regulierung. Wir erwarten den Hauptgang. Jeder sammelt für sich Fragen und nach dem Hauptgang würde man starten mit der Frage- und Antwortrunde an die beiden Herren und ich freue mich schon auf eine spannende Diskussion. Seht ihr schon an den Diskussionen an den einzelnen Tischen. Dankeschön der Welle. Vielen Dank.